Kommt zu mir. Ja. Moment, Moment. Nachladen. Hm. Da kommt noch einer. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Wer versteckt sich denn hier von uns? Guck mal, wo er ist. Da ist er. Warte, ich komme. Ja. So, ein bisschen Munition wäre schön. Na, das sieht doch schon wieder besser aus. Ja. 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 Hm. Fehlercode 34. Türsysteme werden neu hochgefahren. 30% vollständig. Bitte warten. Es läuft nie so einfach, wie man's gerne hätte. Stimmt's? Die sind zu weit weg. Die sind zu weit weg. Zielobjekt bei der Sicherheitsabsperrung. Da kommt einer. Da oben. Hier. Ja. Moment, ich hab hier grad noch so'n Bomb-Typ in. Da oben. Ja. Oh. Oh! 50% Controller 1 ist taktisch schwach Hah, das mag gleich auch weg Das war's für heute. muss auch sein da kommt noch mehr ach du Scheiße dabei fehlen mir ein spielen wir nicht gerade eigentlich noch Schwierigkeitsgrad höher ja keine Munition mehr vielen Dank für Ihre Geduld das ist aber immer noch ganz schön einfach das stimmt das stimmt weil wir jetzt wissen wie es geht ich habe sämtliche Munition verschossen ich habe zwei Waffenerausforderungen gerade während dieses Angriffs bekommen wir müssen aber demnächst weiterziehen weil sonst ist mein Körper hin dann warte kurz ich müsste noch drei mit warten das nicht ja dann spreng ihn lieber selber aber ich warte auf dich gerade ich bin direkt hinter dir ja du bist eigentum von Armakem dein abgelehter Fototyp ich weiß es nicht und mir ist es auch egal welcher Armakem Lakaidu bist halte dich einfach raus wir haben hier eine Mission abzuschließen ja ja ich überlege auch schon wo ok Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Bei meinem Video lag das letzte Mal hier auch eins. Hm. Keine Ahnung. Das habe ich eingesammelt und dann bin ich gestorben und dann lag es nicht mehr da. Hm. Also jetzt lag es auch nicht da. Aber hier liegt noch ein. Wir müssen die Bades am Turm erreichen. Dort müssten wir einen Armecam-Transporter entwenden können. Wenn sie das da... Hm. Dann müsste es auch so sein. Uh. Habe ich die Halluzination wieder erschreckt? Na, erschreckt nicht. Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Wie schön sie das Wort ausgesprochen hat. Gebären. Gebären. Du bist ein Ehren-After. Kommando X-3-1-4. Rastafel-4-Romeo-Sauber. Keine Überlebenden. Kommando X-3-4-Romeo-Sauber. Kennst du mich? Nein. Ey Mann, wo ist mein Auto? Da sagt der... Sagt der Franzose mit seinen... Sagt der Franzose mit seinem Akzent ehrenhaft. Er hat sein Ehren-After. Ich kenne der Akzent. Du bist ein Tupor Arm-O-Camp. Sein angeleiter Prototyp. Hm? Ich kenne es nicht und mir ist es auch egal, welcher Arm-O-Camp-Lakai du bist. Halt dich einfach raus. Wir haben hier eine Mission-Affekt. So, da ist uns leider... Gab es leichte Verbindungsprobleme. Darum haben wir nochmal Neustart-Up-Kontrollpunkt gemacht. So, und worauf ich eben hinaus wollte... Bei einem Mann, wo es mein Auto sagt... Bei einem Franzose, ehrenhaft. Und er sagte... Also, er ist ein ehrenhafter Mann, will er sagen. Und dann sagt er... Er ist ein ehrenhafter. Ah, okay. Ich weiß schon, dass ich jetzt nicht leiden kann. Ist egal. Und ich ihn noch nie, glaube ich, länger als 15 Minuten ertragen konnte, weil ich den so unglaublich schlecht finde. Komisch, dass wir dann, was hier vorhin war, auch wieder weg. Wir müssen die Basis am Turm erreichen. Dort müssten wir einen Arm-O-Camp-Transporter entwenden können. Entweder die liegen nicht immer an der gleichen Stelle... Doch, eigentlich schon. Oder das Spiel vergisst, die manchmal reinzuladen. Hm. Auf das eine Seelenband hin oder her. Ja, aber dann weinst du wiederum, dass du nicht im Level hoch genug bist. Na, ich hab das nicht gekriegt und du hast das auch nicht gekriegt. Du meinst, äh... Ja, solange ich was nicht kriege, ist es so egal, ob ich es nicht gekriegt werde. Einigen wir uns auf uns beiden. Aber der hier ist neu, glaube ich. Ja. Dann war noch einer auf irgendeiner Treppe? Dahin? Nee. Hm. Oh, die sind wirklich willkürlich irgendwo. Rastafeld 4, Romeo sauber. Keine Überlebende. Kommando 6, Rastafeld 5, Sierra, ist ebenso sauber. Kehre zu den Transporter zurück. Ach, lutsch meine Einheit. Er kann euch nicht besonders gut leiden. Ja, wie schon gerade festgestellt. Äh, der Typ führt die ganze Zeit, dass jeder hier bleibt, finde ich. Gut, sehr sympathischer Kommando, finde ich. Ja, ist egal, lass uns schnell weitergehen. Wir können das VE nicht töten. Das stimmt wohl. Oh, der hat mich gerade runtergeworfen. Oh, er hört mich wieder. Wir haben dich auch geschützt. Wir haben mit Nadeln auf dich eingestochen und wir haben das Ende noch lange nicht erreicht. Mutti! Da sitzt sie. Mutti! Komisch, dass sie dir nie antwortet. Ja, ich rieche sofort vor schlecht aus dem Mund. Ja, das kann ich. Nur bestätigen. Da ist er. Aber dich stört das nicht so, weil du genauso riechst. Naja. Ich bin nur freundlich im Sack und nicht so zu stinken. Hmm, nee. Das ist der Blitz-Heini da, ist er. Er hat mich gesprengt. Bist du bedroht? Nein. Warte, warte. Oh, jetzt ist er. Er hat mich totgemacht. Ja, ich bin schon da. Das wird aber eng geschießen. Ich nehme mich. Auch nicht. Hehehe. Ob du das glaubst oder nicht, ist mir aufgefallen. Ja. Naja, jetzt können wir es ja gleich nochmal versuchen. Haben wir irgendeine Strategie? Äh, alle töten? Lass uns relativ zusammenbleiben. Hier in der Nähe von dem Drehkreuz. Okay. Okay. Ziel ausgeraft. Muss man kurzwärts wiederbeleben. Warte, der Faisie rein. Aufmerksamkeit. Warte, der Schwunger hinter dir. Ich habe ihm gerade den Arm abgeschossen. Er ist gut, ich habe ihn rein teleportiert. Ich brauche ein bisschen Kampfkraft, tut mir leid. Ja, ja. Ich bin auch noch. Passt schon. Hinter dem Pfeiler! Füß dich weg! Scheiße, das ist überall! Geh auf die andere Seite rüber, damit wir sie nicht hoch können. Ja. Oh, die Ratte! Er hat mich gekillt. Gleich was... Ah, jetzt hat er mich auch. Wir müssen gleich auf diesen Commander losgehen. Ja, ja, ja. Sonst haben wir da Probleme. Huch!